Du kennst dich offensichtlich in der Küche aus, der beweist deine Beine nicht. Wir haben es komplett geohnt, Leute. Wir müssen uns aber beeilen, der Gastronomik-Kritiker wird so langsam ungeduld... Oh nein, das ist nicht gut. Bist du bereit, etwas komplizierteres auszuprobieren? Ja, rein damit! Das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich brauche dich nämlich, um für mich ein Drei-Gänge-Menü zu kochen. Es wird heute Abend der prickste Fixe sein. Was? Was ist denn der Pricks Fixe? Was ist das denn? Prifi? Prifix? Und hey, du kannst es sogar entwerfen. Weder zuerst die Vorspeisen, ein deftiger Salat oder ein Paprika-Gebäck. Sofort Salat. 100%. Dann brauchst du Salat und zwei Gemüsesorten. Okay. Hoffentlich sehen wir uns bald. Let's go, Jet. Wir machen Salat, Alter. Könnte ich jetzt auch verputzen. Salat. Warte mal, haben wir hier... Natürlich haben wir keinen Platz. Ablegen. 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 Oh. Wir räumen das alles gleich wieder auf. Keine Sorge. Salat. Dann nehmen wir rein... Klassiker. Tomate. Logisch. Gurke geht immer. Käse würde ich aber auch nicht. Nein, Paprika. Ich glaube, ich entscheide mich lieber für die Paprika. Können wir noch Mais? Reite deftiger Salat mit Zutaten aus Remis Küche vor. Warte mal. Deftiger Salat ist aber schon... Können wir irgendwas machen, oder? Was ist denn deftiger Salat? Was ist denn deftiger Salat? Warte mal. Mal ganz kurz Luki-Duki machen, Leute. Gerichte. Deftiger Salat. Grüniger... Grüner Salat? Salat? Ja gut, dann... Deftiger Salat. Das sieht aus, als wäre da Gurke drauf und Mais auch. Gurke und Mais, Chat. Also auf dem Bild sieht es aus, als wäre es Gurke und Mais. Brüchte ist hier aber bestimmt eher die Fehlübersetzung von Fruit und Obst. Also wenn es der deftige Salat ist, den ich da gerade gesehen habe, dann war es auf jeden Fall eine Gurke und Mais. Wir gucken mal. Schön in den Kochtopf, man kennt es. Okay, machen wir nochmal zwei Paprika-Näsen rein. Und Abfahrt. Oh! Oh! Ja! No! Der deftige Salat! Hm. Ich glaube, es ist egal, was man da rein macht dann. Also ich meine, wahrscheinlich wird es ein deftiger, so ein Fünf-Sterne-deftiger Salat, wenn du halt Gurken und Mais reinmachst, oder? Denke ich mal. Bringe die Vorspeise. Ich probiere das nochmal aus, Chat. Wartet mal kurz. Wir nehmen nochmal Salat. Das will ich nicht. Wir nehmen nochmal den Salat. Dann nehmen wir nochmal den Mais. Die Zwiebel ist einfach mein Kopf, aber ist nicht so schlimm. Und dann nehmen wir nochmal die Gurke. Das heißt, man kann durchaus rumprobieren. Und durch Zutaten dann quasi sich an die Rezepte wahrscheinlich rantasten. So. Salat. Gurke. Mais. Attacke. Nee. Immer noch drei Sterne. Was hat das denn damit auf sich? Okay, es wäre aber auch zu einfach, wenn man das dann die ganze Zeit erkennen könnte, ne? Das stimmt. Naja. Gut. Remi, dein Salat ist fertig. Musst du alles kaufen, oder? Wieso macht das dieses Geräusch? Nee, ich sammle das nur auf. Ich muss das nicht kaufen. Ich nehme das ja nur in die Hand. So, Remi, hier. Guck mal. Was sagst du? Hey, du bist es. Schau dir diese Vorspeise an, die du kreiert hast. Lied dir dieses Erlebnis an, das du geschaffen hast. Weißt du, jede Geschmacksrichtung ist einzigartig. Aber wenn man sie kombiniert, entsteht etwas Neues. Und dabei geht es nicht immer nur um Innovationen. Manchmal belebt man auch Vergangenes Neues. Essen kann Erinnerungen wecken. Ja, wie meine Familienrezepte. Das habe ich nie bemerkt. Die Schulcafeteria IGs. Ja, man kann auch Erinnerungen an schlechtes Essen wecken. Aber das wollen wir vermeiden. Als Hauptgericht haben wir eine Pizza Margherita oder einen Gemüseauflauf. Ganz klare Thema. Leute, ganz ehrlich. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Natürlich machen wir Pizza. Dann verfeinere den Geschmack mit Gewürzen, damit es eine Pizza Margherita wird. Wir sind ein gutes Team. Ja, finde ich auch. Finde das Kochbuch in Remis Küche. Äh. Ah. Let's go. Rein da. Rezept einfache Pizza. Weizen, Tomaten, Käse. Chat. Weizen, Tomaten, Käse. Passt. Weizen. Tomaten. Tomate. Rein da. Und Käse. Käse brauchen wir auch. Zack. So, und dann. Verbessere das Rezept für eine einfache Pizza, indem du einige Gewürze oder Kräuter hinzufüggst, die im Rezept aus dem Buch aufgeführt sind. Die im Rezept aus dem Buch. aufgeführt sind. Naja, wir haben Weizen, Tomaten, Käse. Einfache Pizza. Und was macht eine einfache Pizza zu einer... zu einer Margarita eigentlich noch mehr Käse, oder? Ganz viel Käse sogar. Was haben wir denn für Auswahlmöglichkeiten hier? Oregano safe. Safe Oregano. Oder Oregano. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Basilikum könnte man eigentlich auch immer reinpacken. Aber ich würde halt sagen... Ich würde halt sagen... Nochmal Käse. Wir probieren unser Budget. Origami. Jetzt haben wir wieder eine Debatte infacht hier. Okay, pass auf. Weizen. Tomate. Käse. Oregano. Und nochmal Käse. Let's go. Vier Sterne Margarita aus dem Schlund gezaubert. Warte mal. Zack. Oh. Scheiße, da fehlt noch irgendein Gewürz, ne? Fehlt noch ein Gewürz. Ist es wirklich Basilikum, das andere Gewürz? Kann sein, ne? Ich meine, sonst haben wir ja hier nichts. Es muss ja das sein, wenn dann... Wir haben noch eine Zwiebel, aber das ist ja Quatsch. Warte mal. Her damit. Ey, die würde ich sofort verputzen. Und wir haben nochmal Weizen. Wir haben Käse. Wir brauchen eine Tomate. Scheiße. Das ist eine Paprika und ein Apfel. Ich denke die ganze Zeit, der Apfel wäre eine Tomate. Was ist denn da los? Splatsch. So. Tomate, Weizen, Käse. Oregano. Und... Oh, sieh, die kommt. Ich bin mal gespannt. Komm, zeig, dass wir ein glückliches Händchen haben. Nein, wo ist das Weizen hin? Hä? Ach, das ist... Ah, das haben wir mitgenommen. Nicht von hier. Das ist das Problem. Sorry. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber ist kein Problem. Wir haben die Zeit, Chat. Wir sammeln das einfach nochmal auf und dann probieren wir unser Glück nochmal. Echte Margarita wird mit Mozzarella gemacht. Als ob Margarita immer nur mit Mozzarella gemacht wird. Muffin, jetzt sei mal hier nicht so pinkelig oder was? Ich bin verarscht. Ich war von der Sterne kocht. Ich wette, dein Essen schmeckt immer scheiße. Nein. Wir gucken jetzt, was passiert. War das richtig? Ich bin so dumm. Oh, ich bin ein absoluter Vollidiot. Also Oregano und Basilikum ist beides falsch, oder? Also ich kann hier kein Mozzarella nehmen. Du musst die Ratte mitkochen, Junge. Das ist Remi, du... Da muss ich doch ja aufpassen, oh. Gut, scheiß drauf. Ich mein... Vier Sterne Pizza Margarita soll man sich gar nicht aufregen. Ist doch wunderbar. Bats. Hallo. Dieses Gericht war perfekt, aber du bist noch nicht fertig. Der letzte Gang ist der Nachtisch. Oh. Nachtische sind sehr wichtig. Sie sind der letzte Geschmack, den ein Gast mit nach Hause nimmt. Und es sei denn, er kriegt noch einen Absacker. Wenn wir keine fabelhaften Nachtische im Angebot haben, wird unser Gastro-Kritiker in der Luft zerreißen. Okay. Willst du einen Bananenkuchen oder einen Apfelkuchen? Leute. Es ist so einfach. Ja. Natürlich. Du brauchst drei Zutaten. Und denk dran, das Wichtigste für jeden guten Kuchen ist Butter. Ja. Danke. Butter, Milch, Banane. Was anderes kann ja gar nicht sein. Butter, Milch und eine Banane. Easy. Prämie. Da bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden, mein Freund. Das ist eben nur Basilikum, nicht Organe und Basilikum. Ja, aber es war unten nicht in der Zutatliste aufgelistet. Deswegen habe ich aber auch gedacht, das ist eben ein bisschen verwirrt. Probieren wir das gleich nochmal. So, Butter, Milch, Banane. Okay, das war falsch. Können wir den Shake vielleicht aufs Haus mit dazugeben? Okay, wir probieren nochmal aus. Aber vorher machen wir nochmal kurz die Pizza, oder? Ich möchte nochmal gucken, ob das wirklich stimmt. Ähm, was haben wir denn? Wir haben... Ach du Scheiße. Jetzt das mal. Die können wir uns auch gönnen. Wir sind aber voll geboostert. Okay, pass auf. Wir machen nochmal Weizen. Ich möchte nur gucken, ob das mit der Pizza stimmt. Weizen. Und Oregano. Und dann noch Käse. Es sind auf jeden Fall fünf Zutaten. Ich glaube, das ist das Maximum, ne? So, Weizen. Ja, Weizen haben wir auch vergessen, ne? Stimmt, eigentlich. Wir können ja fünf Sachen reinballern. Käse. Pass auf. Tomate. Weizen. Basilikum. Ich denke, das ist halt das... Nur mit fünf Zutaten kriegt man auch ein Fünf-Sterne-Gericht, oder? Also mit den richtigen Zutaten. Mit den fünf richtigen Zutaten, glaube ich. Nein! Seht ihr, das ist falsch. Da fehlt das richtige Gewürz. Das stimmt nicht. Da fehlt das richtige Gewürz. Das können wir nicht... Also was anderes können wir, glaube ich, hier nicht mitnehmen, was gewürzmäßig irgendwie mitmacht. Okay. Kuchen. Eier. Guter Punkt. Milch. Butter brauen wir natürlich auch. Weizen auch, Chat? Ich nehme auch Weizen mit rein. Ich weiß nicht, was das macht, aber wir probieren mal raus. So, und dann noch eine Banane. Ey, das finde ich aber voll geil, dass man einfach rumprobieren kann. Ich finde das super. Na, guck mal, wir haben gerade was reingeschmissen. Wir haben einfach einen Shake bekommen. Das war gar nicht geplant. Man fühlt sich wie Kochen an, du. Weizen macht Mehl. Ja, wir sehen mal weiter. So. 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 Zack. Und zack. Bitte, gib uns was geiles. Na gut. Das ist halt... Immerhin, dann nehmen wir halt das. Ist doch auch kein Problem. Haben wir halt Konfitüre-Waffeln gemacht. Ich meine, umso mehr wir hier kochen, umso mehr bleibt für uns übrig. Dankeschön, Heidegger, für die fünf Verschenkten an 100 IQ Toast, Ramoni, C12 Gaming, Kati und Bierwurst. Leute, ich weiß, wir haben keine Alerts für uns, aber bitte mal Pams raushauen an dieser Stelle. Ganz viel Liebe. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt haben wir immer noch keinen Kuchen, Leute. Butter. Was ist denn, wenn wir nur Butter... Sollen wir vielleicht... Wir lassen mal den Weizen weg, oder? Wir lassen mal den Weizen weg und nehmen nur die Eier mit rein. Scheiß mal auf den Weizen. So. Neuer Versuch, Chat. Alle Kundinke sind drei. Wir hatten ein Shake, wir hatten eine Waffel und jetzt kommt der Kuchen, oder nicht? Bitte. Gönnen uns einen geilen Bananenkuchen zum Nachtisch, damit alle happy sind. Ich würde noch Eier weglassen. Ja, dann haben wir wieder den Shake. Das haben wir ja gerade schon gemacht. Kein Zucker. Leute, wir können doch nur die Zutaten nehmen, die da auch liegen, Mensch. Okay. In Kuchen ist keine Milch. Hä, warte mal. In Kuchen ist keine Milch? Milch weg, Weizen rein. Okay. Chat, wir sind... Habt ihr auch alle den Kittel, die die Schürze angezogen? Wie damals im Wirtschaftsunterricht? Ohne Schürze wird nicht mitgemacht. Habt ihr mich verstanden? Nicht unbedingt, okay. Okay, wir lassen die Eier weg. Oder machen wir die Eier... Aber Eier... Hey, Kuchen muss doch sein. Da muss doch... Da muss doch Ei rein, oder nicht? Jetzt mal ernsthaft. Wir probieren es mal ohne Ei. Ja! Ja! Die Eier! Scheiß auf die Eier! Scheiß auf die Milch! Da ist der Banankuchen! Und wie er da ist mit einer schönen... Guck mal, wir haben sogar eine Gabel mitgekocht. Jawoll! Krimi ist stolz. Möchtest du dies weitergeben? Ja, bitte. Gönn. Er macht einfach einen Olaf. Hey, du bist es! Der Ansturm für das Abendessen hat begonnen. Eine Bestellung. Jemand möchte einen Ranch-Salat. Was? Ich überlasse die Bestellung dir. Aber ich gebe dir einen kleinen Tipp. Unser Ranch-Salat wird aus Salat, Tomaten, Mais, Paprika und Zwiebeln zubereitet. Salat, Tomaten, Mais, Paprika und Zwiebeln. Wenn er fertig ist, stell das auf diese Wehloke neben der Tür, damit du dem Gast servieren kannst. Ähm. Hoffentlich sehen wir uns bald. Okay. Äh, Zwiebeln. Mais. Äh. Paprika. Tomate. Oh mein Gott. Salat. Mann. Weg mit euch. Geht alle weg. Was haben wir denn jetzt? Salat, Tomate. Ich glaube, das war richtig. Nicht spoilern, Chat. Okay. Salat. Mais. Paprika. Tomate. Zwiebeln. Okay. Er hat sich doch selber gesagt. Naja, man muss sich das aber merken. Und da wir hier alle sitzen mit Alzheimer, können wir das natürlich nicht. Oder ich. Aber ich hab's bewiesen. Ich kann's doch. Hihi. Eigentlich müssen wir die, wir müssen die Öhrchen tragen, wenn wir schon hier im Level sind, Chat. Es geht gar nicht anders. Wir sind heute auch im Koch, Chat. Ist wichtig. Batz. Rentsalat. Fertig. Da haben wir ihn. Okay, ab auf die Luke. So. Rein da. Okay, und jetzt? Fertig. Remy möchte mit dir sprechen. Okay. Remy, ich hab' abgeliefert. Bonjour. Der Gastronomie-Kritiker wartet auf das Hauptmenü. Natürlich hat er meine Spezialität bestellt. Das Ratatouille. Ich bin gerade mitten an drei anderen Bestellungen. Könntest du aushelfen? Bereite ein perfektes Ratatouille zu. Ich habe dich beim Kochen beobachtet. Du schaffst das. Es sind Gemüse und Gewürze und Erinnerungen. Los. Au revoir. Gemüse, Gewürze, Erinnerungen. Okay. Was kommt in eine Ratatouille rein? Tomate? Paprika? Ich weiß nicht. Eine Gurke? Gurke. Ich bin mir fast sicher, dass eine Gurke reinkommt. Leute, nicht spoilern, ne? Ruhe da. Ruhe da hinten. Tomate. Hilfe. Zucchini. Aber Gine weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und ein Gewürz. Basilikum. Wir haben halt leider nur die Plattformen hier, ne? Drei Plattformen. Wir schmeißen das einfach mal rein und gucken, was dabei rumkommt, Shit. Ah. Fast Ratatouille. Scheiße. Okay. Das ist es noch nicht. Aber das ist kein Problem. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Gut. Also Tomate ist doch safe in einem Ratatouille drin, oder nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Tomate in einem Ratatouille drin ist. Oder ist es doch die Paprika? Ich weiß es nicht. Wiking, sag mal für den Vorn. Ich bin mir auch fast sicher, dass es eine Zucchini ist. Dann lass mal die Aubergine mal weg. Gewürze müssen auf jeden Fall mit rein. Ich nehme mal beides mit. Ich nehme Basilikum und Oregano mit. Und eine Paprika vielleicht? Ich probiere es mal. Käse nicht. So. So. Luki, Luki machen, Kevin. Hm. Tomate. Zucchini. Aubergine. Afrika. Oregano. Sag mal, willst du mich verarschen? Das ist doch... Das sind die einzigen Gewürze, die wir haben. Also wir haben Zwiebeln, ja, aber... Wir haben Oregano und Basilikum und Mais und Weizen. Aber das ist ja kein Gewürz, oder? Da bin ich gerade dumm. Nicht vorsagen, Chat. Ja, ich weiß auch nicht, was das immer soll. Das Dumme ist, Chat, wenn jetzt jemand hier reinschreibt, Tomate, Aubergini, Karotte und Zucchini. Karotte können wir gar nicht nehmen. Also hört auf, auf Google zu gehen und da irgendwelche Rezepte zu googeln. Das hat mit dem Spiel nichts zu tun. Ihr Vollidioten. Meine Fresse, ey. Die Leute, die so auf cool und wichtig und schlau machen wollen, weißt du? Junge, 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 Junge. Immer die gleichen. Okay. So. Tomate haben wir noch. Muss auf jeden Fall Gewürz sein. Gewürze müssen auch mit rein. Okay. Bucchini. Paprika. Aubergini. Habe ich jetzt die Tomate vergessen? Junge, wenn ich noch einmal diese Gemüseplatte sehe, dann raste ich aus. Wir brauchen eine Tomate, oder nicht? Scheiß auf Paprika. Scheiß auf Paprika. Paprika ist doch nicht... Nee. Paprika ist Quatsch. Das kann doch gar nicht. Ja? Wir haben Tomate. Wir haben... Äh, go... Gucke war aber auch nicht. Wir haben... Ja, ihr könnt... Wir haben dreimal Gemüseplatte. Das ist kein Problem. Okay. Das probieren wir nochmal. Wäre doch gelacht, wenn wir als Meisterkoch hier nicht vernünftig abservieren können, Genau. Avocado vielleicht. Na klar, ein Avocado. Steht hier nicht einfach noch ein Teller mit so kaltem Ratatouille? Können wir das nicht einfach runternehmen? Ach, Gemüse. Ist da eine Tomate drin? Doch, da ist doch Tomate drin, oder nicht? Zwiebel? Nee, oder? Die Erinnerung wurde vergessen. Tatsächlich haben wir die Erinnerung wirklich nicht. Warte mal. So. Da kommt schon wieder das gleiche draus. 100 Prozent. Was passiert hier? Junge. Ich will doch keine Gemüseplatte. Ich esse mal ganz kurz die ganzen Gemüseplatten auf. Hör mal. Ernährung vom Weiß. Leute, es gibt kein Rezept. Nein. Darum geht es ja, dass wir das Rezept herausfinden, indem wir rumprobieren. Nein, wir können uns jetzt hier das Ratatouille angucken, aber ich weiß nicht, ob uns das das bringt. Wenn ich das überhaupt finde. Was könnte hier ein Ratatouille sein? Das ist doch immer so ein hübscher Kreis, oder nicht? Oh, Nudeln mit Fisch. Alter, hör mal. Guckt euch an, Leute. Krabbenburger. Wird auch. Ratatouille ist kein Nachtisch. Hier muss irgendwo Ratatouille sein. Ich bin schon wieder blind. Komm, Remy. Zeig uns den Weg. Hauptspeise. Ratatouille. Ratatouille. Fischsteak. Aha. Alufolie. In Alufolie gegarter Zander. Hör auf, Junge. Ich hab so Hunger, ne, wenn ich das sehe. Hilfe. Kreolischer Fisch. Rührei. Ratatouille. Da. Ich seh auf jeden Fall ne Tomate. Aber wenn ich das so sehe, wär ich auch für ne Zwiebelchat. Ich weiß aber nicht genau. Wir brauchen auf jeden Fall 5 Zutaten. Zwiebel, Tomate. Zucchini. Aubergine. Probieren wir's so. Tomate. Zucchini. Aubergine. Ich weiß nicht, ob noch die Paprika mit dazu kommt. Keine Ahnung. Ich nehm sie mal mit. Einfach so. Zur Sicherheit. Gurke. Junge. Einfach. Gar nicht drüber nachgedacht. Der Gurke. Einfach Gurke kochen. Alles normal in der Hause. In der Schwiebelnbude. Gar kein Problem. Ich hab Stress. Ja. Chat. So einfach ist das nicht. Okay, Chat. Pass auf. Wir machen ne Zwiebel rein. Wir machen ne Paprika rein. Wir machen ne Aubergine rein. Wir machen ne Zucchini rein. Und jetzt machen wir noch Oregano rein. Basilikum machen wir rein. Können wir noch Zutaten rausnehmen? Egal. bitte. Ja. 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 Aber ist das die falsche Gewürzzutat? Oder? Ne, wir haben ja 5 Sternen. Ist ja perfekt, ne? Geil. Kremi, Junge. Guck mal. Ich kenn das anders. Junge. Ihr tut auch so, als würd man hier gerade bei, bei, was weiß ich, Rosis Restaurant sitzen und wirklich das ganze Rezept nachkochen, oder? Ja. Ich kenn's auch anders, indem man das alles vorgart und klein schnippelt. Junge, wir sind in dem Disney-Spiel. Was ist mit euch kaputt, oder wat? Was ist mit euch kaputt, oder was? Ich kenn das anders. Krass. Okay, Leute. Konten aus. Wir haben Ratatouille gekocht, Chat. Ja. Ist alles wunderbar. Wo ist es denn jetzt hier? Ich möchte mir... Kann man sich das mal nicht im Groß angucken? Ich möchte mir das im Groß angucken einfach. Guck mal hier. Da, Chat. Alter, 1572 Energie. Und wenn wir das verkaufen... Wir können das verkaufen für 900 Coins. Wir können aber die ganze Zeit Essen kochen und das verkaufen. So koche ich auch immer. Ich werfe Sachen in einen Topf und hoffe aufs Beste. Traurig weiter. Ja, hä? Könnt doch mal. Hallo. Hallo, Remy. Hier, guck mal. Der Kritiker wartet auf sein Ratatouille. Ratatouille zubereitet mit Tomaten, drei unterschiedlich gekochen Gemüsesorten und Gewürzen. Wenn es fertig ist, stell es auf die Servierluke neben dir. Achso, ja stimmt, da war ja was. Danke. Sorry. Ich hab's vergessen. So, Nachtisch. Hey, du bist es. Der Gastronomie-Kritiker hat dem Ratatouille fünf Sterne gegeben. Ja, was für eine Erleichterung. Tausend Dank. Weißt du, Kevin, du bist ein sehr talentierter Koch. So, was wollt ihr jetzt? Willst du für mich arbeiten? Eigentlich habe ich ein Restaurant für dich in meinem Dorf. Ist hier eine großartige neue Herausforderung. Ich liebe Herausforderungen beim Kochen und es könnte ein guter Zeitpunkt sein, um etwas zu recherchieren. Weißt du was? Das mache ich. Ich komme in dein Dorf und helfe dir mit deinem Restaurant. Oh, Moment. Beinhalte dieses Stellangebot eine Unterkunft? Ich kann nicht in der Küche schlafen. Das wäre nicht hygienisch. Ich brauche definitiv ein Haus, bevor ich gehen kann. Wir sind ein gutes Team. Brücke Y, um zu den Möbeln zu gelangen, die im Haus aufgestellt werden sollen. Platziere Remis Haus im Dorf. Was? Müssen wir jetzt gehen? Ein wichtiger Abend im Restaurant. Müssen wir gehen? Platziere Remis Haus im Dorf. Hä? Wollen wir erstmal seine Küche auf und nicht den Dreck liegen lassen? Nö, warte mal. Wir können ja gleich wieder zurück. Das ist ja kein Problem. Ah! Du findest es im Möbelmenü. Öffne das Inventar. Öffne das Haus. Häuser-Menü. Wähle das Haus aus, das du platzieren möchtest. Platziere es am gewünschten Ort im Tal. Bitte, Dagobert, um Hilfe, wenn du es verbessern möchtest. Ich schließe verschiedene Aufgaben ab, um eine exklusive Müllbekleidung mehr zu verdienen. Oh mein Gott, ich will da gar nicht hin. Lass mich... Nein, ich möchte nicht zum Stern fahrt. Lass mich raus. Okay, Leute. Wo... Also hier ist das Restaurant, aber wo soll Remis wohnen? Ich meine, wahrscheinlich in der Nähe, oder? Wenn wir das jetzt hier alles frei machen... ...wird ja Sinn ergeben, oder nicht? Eigentlich. Wir lassen mal ganz kurz unsere Magie zaubern, Chat. Oh, guckt es euch an. Ey, das war so geil mit dem Kochen gerade, ne? Dass man die Zutaten da reinschmeißt und dann selber rumprobieren kann. Nicht einfach irgendwie ein Rezept bekommt, das sammelt und dann da reinschmeißt. Also ich fand das super. Ich fand das echt toll. So, jetzt ist nur die Frage. Können wir das jetzt schon da hinstellen? Ist hier für genug Platz? Oha! Wie geil sieht das denn aus? Ach du Scheiße! Der kommt mit einer ganzen Villa um die Ecke. Na gut, also... Das ist natürlich... Aber Merlin hat auch richtig Bock, ne? Er hat richtig Bock, einfach hier rumzulaufen. Warte mal, können wir das hier alles wegmachen? Bisschen größer, ja. Auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, ob man Bäume fällen kann oder so. Ob man die entfernen kann, das wäre halt gut zu wissen. Probieren einfach mal. Hat eine große Familie, safe, ja. Dieser Berg, naja, wir können noch nicht so viel hin. Wir können halt... Ich weiß auch noch nicht, ob man das da irgendwie platzieren kann. Unten könnte natürlich auch noch ein bisschen mehr Platz sein. Aber ich würde es halt schon in der Nähe gerne von seinem Restaurant haben, weil... Das sieht ja relativ ähnlich aus, dann. Scheiße, Ries. Moin. Was ist das? Schon wieder eine Erinnerung. Überzeugte den berühmten Dagobert Duck, ein Geschäft in unserem Dorf zu eröffnen. Er plant, er sagt, er sei sicher, dass es eine gute Investition sein wird. Alles nur diese stückelhaften Geschichten, Mann. Wir brauchen mehr Informationen. Schönen Abend, gerade von der Abendschule gekommen. Jetzt jetzt mal zuschauen. Feierwohl, Verlöhrchen. So, hier nochmal ganz kurz kuddeln. Und dann, zack. Aufheben. Ansehen. Wald der Tapferkeit in diese Richtung. Ich glaube nicht, dass das hier platzt. Also, können wir das irgendwie umstellen vielleicht, Leute? Jetzt mal ganz kurz. Ja, dann könnten wir hier ein bisschen Platz machen. Dann wäre das halt natürlich... Eine Axt haben wir nicht. Nicht, dass ihr irgendwie weg? Weiß das jemand? Keine zerbrechen. Möbel. Oh. Ja. Oh mein Gott, let's go. Ey, man kann ja einfach alles umstellen. Wie geil ist das denn? Easy. Das kann man in der ganzen Welt machen. Okay, das ist schon geisteskrank. Das ist schon cool, ey. Oh, Leute, guckt euch an. Kann man die Häuser auch wieder umstellen, wenn man die einmal platziert hat? Ein wichtiger Abend im Restaurant. Was brauchen wir denn jetzt dafür? Ach, du Scheiße. Hallo. Dagobert, bitte sei nicht so streng. Remi mag ein kleiner Koch sein, aber er hat einen feinen Geschmack und hohe Ansprüche. Wenn du ein Haus haben willst, das deinen Ansprüchen gerecht wird, musst du schon etwas tiefer in die Tasche greifen. 2000 Coins. Leute, wollen wir das Haus für Remi noch fertig machen? Dass wir Remi hier rüber holen? Oh mein Gott, wir haben bisher dann nur einen, 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 die einen haben wir hier rüber geholt. Einen. Ich meine, wir können noch ein paar Sachen verkaufen. So ist es nicht. Wir haben hier noch einen fetten Fisch und sowas. Wir müssen ein bisschen Geld sammeln. Und mit Dagobert müssen wir auch noch quatschen. Aber ich will halt ungern tausend Aufgaben gleichzeitig machen, wisst ihr? Deswegen möchte ich lieber eins nach dem anderen. Guck mal, was wir für einen Fisch bekommen. Da vorne ist wieder so ein blauer Dings. Einmal Ratatouille kochen und das Geld ist da. Das Problem ist, wir kriegen keine, wir kriegen keine Aubergine. Ich meine, warte mal, wir können, Alter, wir können ja richtig cheaten, Chat. Meint ihr, wir können das Essen mit rausnehmen und das verkaufen? Ich meine, wir haben jetzt hier für, um hier in der Welt zu kochen, das Ratatouille, haben wir keine Zutaten. Was denn jetzt? Schön, Merlin, danke, dass du dich auch freust. Das ist toll. Merlin, sehr sympathisches Gärtchen. Hey, Migi, was geht ab? Habt ihr alle nichts zu tun, oder was ist da los? Ich meine, ich freue mich natürlich über eure Anwesenheit, das ist ja wohl klar. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist ja wohl logisch. Fangen ohne zu sch- Oh je, es wird langsam spät. Ja, und du glitzerst, du sollst mal wieder duschen, mein Freund. Boah, ich finde das so cool, ne? Ey, Chat, das ist schon sehr geil. Also, ich sage euch ehrlich, das Animal Crossing Feeding kommt komplett raus, also kommt komplett auf. Das ist aber auch gut so. Ähm, und dazu kommt halt noch die Kombi aus Disney. Junge, geisteskrank, geil. Ohne Spaß. Ich meine, man kann ja wirklich nach seinen eigenen Ermessen hier erstellen. Du kannst sogar- Warte mal. Das wirst du wahrscheinlich nicht umstellen können, oder? Junge, sogar das kannst du umstellen. Du kannst alles umstellen. Das ist doch nicht mehr normal. Du kannst alles umstellen. Wahrscheinlich das hier nicht, aber... Die ganzen Häuser, die hier platziert sind, das kann man alles noch später anordnen wahrscheinlich. Und dann die Wege. Ich weiß nicht, wie es mit den Wegen ist. Wahrscheinlich kannst du auch die Wege neu machen. Hilfe. Okay, Leute, wir gucken mal ganz kurz, was Gufi uns dafür gibt. Komm, mit so viel Freiheiten komme ich gar nicht klar. Gufi, ich brauche dich. Komm mal kurz. Es gibt eine Karte, doch. Ich weiß nicht, warum die sich anhört, als würde die kacken, wenn man rauszoomt, aber es gibt eine Karte. Du siehst halt nur leider nicht so gut die Häuser, ne? Aber ich denke mal, alles, was hier fest aufgezeichnet ist, ist halt auch fest. Und der Rest ist so frei platzierbar. Genauso wie bei den neuen Part, bei den neuen Welterweiterungen hier, vergessene Land, sonnige Ebene, Lichtung des Vertrauens, schillernder Strand, Wald der Tapferkeit, eisige Höhen. Also, ich glaube, da können wir überall, wo wir diese Plattformen hier sehen, ich glaube, da können wir alles frei bewegen. Alles. Ich dachte, da furzt mir her. Ich finde es schön, dass die Disney-Charaktere einfach so GPS-Tracker drin haben. Mega geil. Und Gufi, wie sieht das aus? Kommst du mal kurz lang, oder was? Schön, dich zu sehen. Warte, mich halt, ob wir jetzt schon Geld zusammen bekommen, ne? Gar kein Problem. Fertig. Junge, Gufi hat ja richtig große Preise, die Inflation, man merkt es überall. Wir sehen uns. Ja, das ist immer, Chat. Benutze das Schild mit Dagobert, um für den Bau von Remis Haus zu bezahlen. Let's go. Remis, kommen Sie? Leute, pass auf. Hallo. Hey. Mit einem solchen Spitzenkoch in der Nähe kann die Wirtschaft des Tals so richtig in den Schwung kommen. Remis, komm. Hey, wie cool das ist, Alter. Remis, komm. Gönn ein Foto. Gönn ein Foto, Remis. Kannst du hüpfen, oder wie sieht das aus? Nee? Okay, er will nicht hüpfen. Ach, schön. Geile Sache. Geile Sache. Remis ist da. Schließe Freundschaften. Sprich mit Remis, um mehr über seine ersten Eindrücken vom Dorf zu erfahren. Ja, wahrscheinlich findet er das noch mega hässlich. Wow, ich wünschte, alle meine Freunde könnten diesen Ort hier sehen. Guck mal, jetzt rennt er hier rum. Hallo. Wow. Dieser Ort ist wunderschön und kommt mir irgendwie bekannt vor. Hä? Es kommt mir fast so vor, als ob ich schon einmal hier gewesen wäre. Seltsam. Oh. Nun, jetzt habe ich keine Zeit mehr, um darüber nachzudenken. Ich habe ein Restaurant zu eröffnen. Wunderbar. Juhu. Alter, wie geil. Aber wie wird das hier... Der frisst einfach seinen Käse. Ich fühle ihn sofort. Ich fühle ihn komplett. Oh mein Gott, ich möchte hier rein. Oh mein Gott. Wie auch sofort der Soundtrack dann immer losgeht, ne? Ey, Hilfe. Warte mal. Wir können aber hier nicht auch drin... Ne, hier drin können wir nicht dekorieren. Also die Häuser der Bewohner selber können wir nicht dekorieren. Eine Ratte mit Stil. Eine Ratte, die weiß, wie es sich wohnt. Am besten. Kann man jetzt noch in Remis Küche? Das ist jetzt die Frage. Ich vermute mal eher weniger. Ich weiß nicht, vielleicht aber auch schon. Heute Nacht dachte ich an... Rockfork und... Lippee! Ein junger Gruffi einfach ADHS. Lippee! Lippee! Das ist so geil, Alter. Jetzt frage ich mich halt, wie wir das Restaurant hier wieder auf Vordermann kriegen, ne? Das weiß man nämlich noch nicht so genau, was das ist. Das ist ein Buch, oder? Nein, das will ich nicht. Hör auf damit. Und ich liebe die Musik. Ey, wie schön das aussieht. Und das Geile ist, wenn ihr jetzt sagt, ey, ich möchte das da hinstellen. Ihr könnt es immer noch umändern. Dass auch jeder sein eigenes Ziel hat, so, ne? Das Häuschen. Das ist so toll. Das passt halt perfekt, halt. Also man könnte es nicht gerade... Man könnte gerade meinen, man läuft durch Disneyland hier im Ratatouille-Bereich da. Groß Spaß. Das ist so toll. And feed your passions. A place where you can find yourself at home. And let your creativity rain. This is a place where every day is a dream come true. This is Dreamlight Valley. Learn more at DisneyDreamlightValley.com